Wir beschäftigen uns mit der Quantenphysik und wie man diese in der Unternehmensentwicklung nutzen kann. Mein Name ist Henry Krey von der Firma Krey & Partner. Wenn Sie wissen möchten, wie man die Quantenphysik im Unternehmen einsetzen und nutzen kann, dann stelle ich Ihnen das gerne vor. Mein Name ist Henry Krey.